Und nach einem endlosen Ladebildschirm sind wir zurück in der Schuhkammer. Nein! Nein! Nicht schon wieder! Ach nein! Oh Mann! Ich wollte nicht hier hinten anfangen. So. Ich stelle das war ja nur mit Taster-Schuhe, wenn ich mich jetzt glaube ich richtig erinnere. Glaube ich zumindest. Ich habe gerade keine Ahnung mehr von der Steuerung. Ich teste einfach mal aus. Hey, ich war doch oben. Ich war doch hoch. Warum wollte er nicht hoch? Ach was zu dir denn auch, Mann. Meine Fresse geht da schon wieder los am Anfang. Ganz am Anfang kriege ich schon wieder ein Herzkollob. Heute ist ein Tag, den kann ich vergessen. Es ist echt so. Es ist einfach ein Tag zu vergessen. LOL Wahnsinn. Okay. Es geht weiter. Nein! Nein! Oh, oh, oh! Nicht da runter! Nicht da runter! Oh, oh, oh! Puh! Ganz ruhig. So, was war jetzt hier nochmal? Oh! Stimmt, das war ja nichts Gutes. Fuck you, bitch! Fuck you, bitch! Okay, wir sind wieder hier drin mit unserem freindlichen Kollegen. Nein, Spaß. Ich bin immer noch auf der Alter, bleib weg von mir. Ich bin immer noch dabei, einen Lösungsweg zu finden für die Ecke, wo wir letztes Mal waren. Oh, gut. Ich überlege jetzt etwas. Okay, warte mal aufheben. Wie war das? Nein! Ach man, ich wollte eigentlich zurück. Ähm. Stimmt ja, da war ja was. Na komm. Hä? Geht... Hä? Okay. Stimmt, da war ja auch was mit mit der Maus. Stimmt ja. Ist schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, hier waren wir letztes Mal auch schon. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es weitergeht. Ich schau mal ganz kurz hier hinten nach. Scheint aber erst mal nichts zu sein. Okay. Mal nachgucken bei den ganzen Figuren. Na komm, lauf da hoch. Ich bin immer... Ich stecke immer noch in dieser Ecke hier fest. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, hier. Hmm. Hm. Okay, wir gehen noch mal. Bleib weg, alter! Riecht er uns? Mal kurz gucken. Da kann er uns nur hören. Ich bin nicht sicher, ob wir durch die Tür da durch müssen. Oder den Schrank hoch. Ich warte jetzt ab, dass er wieder in diesen Raum geht. Ich will das aber Küche nennen. Ich weiß nicht warum. Na okay schon. Da müssen wir nachhelfen. Mal gucken wie lange das anhält. Nicht so lange wie ich vermutet hätte. Mal gucken. 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 Ich bin nicht sicher, ob ich rüberkomme. Oh, wir testen es einfach aus. Alter, was ist denn da? Irgendwie... Ich weiß jetzt nicht weiter, ohne Scheiß. Ich bin jetzt ratlos, ich bin mir nicht sicher. Ich möchte versuchen, da hochzuklettern. Dafür muss er lange genug weg sein. Lauf! Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich... Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ich glaube, ich passe runter. Kann nicht. Willst du mich verarschen? Ich überlege gerade. Wohin? Ich überlege gerade. Wohin? 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 Ich will nicht. Ich will nicht. Ich wollte nicht gerade, was kann man noch so machen. Ich wollte nicht gerade, was kann man so machen. Ich bin irgendwo, mir irgendwo gefangen. Ich muss irgendwie auf die Uhren drauf, glaube ich. Ich wollte nicht in dem Nebenraum. Man sieht ihn jetzt ganz leicht am Bildschirmrand, am Rechten. Ich will mal wissen, was er jetzt schafft, was er jetzt macht. Ich gehe wieder zurück. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir eine Uhr nehmen, wo wir hochklettern können. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Natürlich. Fick dich doch. Am Arsch mit dir. Okay, wir machen es ganz einfach. Ja, das sind Uhren. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Was? können wir auf jeden fall nichts machen den Stuhl können wir auch nicht wegschieben ich überlege jetzt gerade ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob wir irgendwie hoch kommen auf eine der uhren der komplette raum ist mit teppich ausgelegt zum größten teil ich gehe davon aus dass wir die uhr wo er jetzt gerade vorstehe ja nicht ganz die kleine mit den drei uhren drin dass wir da hochklittern können und dann uns auf die uhren obendrauf stellen können also wir müssen uns jetzt theoretisch mit den klängen der uhr bewegen ich habe mich schon mal in position begeben ja so wird das noch nichts ach komm wie soll man das denn lösen mein problem ist einfach nur hier kann ich nichts machen ich kann nicht einfach absolut nichts machen das ding kann ich nicht wegschieben ich habe jetzt auch nicht die maus gehalten also ich brauche wirklich gerade den bildschirm so käse geht das kann ich nicht wegschieben das will er auch nicht wegschieben das will er auch nicht wegschieben das will er auch nicht wegschieben ich werde jetzt versuchen rauszulocken ich werde jetzt versuchen rauszulocken ein Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich stand auf dem Teppich. Nein, ich stand einen Millimeter daneben. Na gut. Den Knopf habe ich vorhin noch gar nicht gesehen gehabt. Jetzt wissen wir aber, wie es funktioniert. Hoffentlich. Ich stehe nicht auf dem Teppich. Kein Bewegung, kein Video. Ich stehe auf dem Teppich, aber ich will es nicht riskieren. Wenn sie nochmal klingeln, gehe ich durch. Nein, die Ecke. Nein. Ach, fick dich doch. Ach, du scheiß Spiel. Du willst mir wohl den Tag komplett versauen. Oh Mann. Ich gehe direkt hier mal in die Ecke, gucken, ob ich von hier aus auch weiterkomme. Das Spiel will mir wohl den ganzen Tag versauen. Achtung, jetzt wird es laut. Ich sehe den Teppich. Ich sehe den Teppich, ich sehe den Teppich. Ich sehe den Teppich. Ich sehe den Teppich. Ach, du Scheiß. Wo bin ich denn jetzt? Geht da weg, geht da weg, geht da weg. Ich bin da. drunter will ich okay da kann ich nicht entlang ich glaube ich kann hier doch die scheiße steppen steppen